wir haben einen Rhinobug in ihrer Nähe geortet die Biester sind zwar nicht sonderlich intelligent, aber sie sollten sich nicht mit ihnen anlegen Zentrale, können Sie nichts tun? Das Biest ist im Umlängen überlegen! Ach du, heilige Scheiße, tu mir nichts an Warte mal, wenn ich mich richtig erinnere, kann man die Dinger nur von hinten verwunden Richtig, der muss irgendwo gegenlaufen! Lauf irgendwo gegen! Ok, ok, ok Zum Glück habe ich meine Munition noch gespart! Ok, alles klar, alles klar Ich muss den irgendwo gegen eine Wand lenken Hab ich schon getötet? LOL Gut, dass ich doch ein gutes Gedächtnis habe Ich habe den Code! Bleiben Sie bei der Tür! Ich lade den Code jetzt auf die Türverriegelung! Habe ich was verpasst? Alter, zum Glück habe ich mich daran noch erinnert, ohne Scheiße Dass man den nur von hinten verwunden kann Leck, Neuaufnahme ALTERN Datenverbindung abgeschlossen, ja lass mich rein Ich hasse euch, ich hasse euch Das ist doch affig, Alter Das ist doch affig, Alter Wie die durchkommen Das ist doch affig Wieso kommen die da durch? Ist hier noch irgendeine Munition? Fände ich gar nicht so viel an Platze Egal, wir speichern mal eben, guck mal eben wo der Typ herkommt Da ist doch bestimmt hier irgendwo noch ein Lager, wo ganz viele Gegenstände sind und so, oder nicht? Ja, seht ihr, genau das meinte ich Naja, so ungefähr zumindest Ja, genau das, was ich gesucht habe Schrot, Bingo, danke Danke, lieber Gott Okay Ähm Dann können wir uns weiter an die Höhle des Löwen begeben Äh, wie gesagt, er, sie ortet ein Sie ortet etwas, das heißt, wir sind anscheinend doch nicht mehr ganz so weit entfernt Hopp ich Finden sie den Lastenaufzug der, äh, was? What? Boah, wie sind sie jetzt, bitte meine Leute Ich hasse es Das kommt noch hoch Ich habe mich sehr unterschiedlich Ja, jetzt nur noch in der Höhle Hme Da ist rein Daый okay alles klar es müsste noch einen aufzug in die brennkammer geben wenn unsere daten stimmen ist der vermisste marauder irgendwo da unten weiß nicht was das war aber ich habe es getötet so schrot voraus mal wieder leck warum leckt das gerade auch für aufzulecken böses köst hallo hier ist ein blicke blicke ding versprecht euch hier ist ein blicke blicke ding ich höre es doch hier war er nicht Arne mit Begriff über er ohne Scheiße ist ein blicke mit den geringen was doch nur geflügt was zu kippen nein nein die griechere online wenn ich mich jetzt richtig entsinne dann ist er das jetzt die schrecklichste stellt das ganzen der ganzen mission tun wir das nicht ja ich hab's gewusst kommen da noch mehr das ist ganz wichtig für mich sind da noch mehr oder nicht das wusste ich mich das letzte mal nicht ja ich erinnere mich dann jetzt gerade doch an ein paar details das letzte mal wusste ich das nämlich nicht und dann bin ich da jammelig während ich die cliffmilben aufgeschossen habe verreckt weil die dinge auf einmal neben mir standen deswegen gucke ich auch jetzt noch mal nach ok anscheinend waren das wirklich nur die sieben acht neun zehn stück die da gerade kam ich muss sich den aufzug ein bisschen befreien ich würde jetzt aber hat mir wegetan ok warte mal bevor ich den aufzug starte gucke ich erstmal da unten schön rein da ist er doch da ist er doch ok alles klar ich will nicht wenn ich mich richtig erinnere kommt jetzt nur scheiß von oben von unten von links von rechts von mittel von garan muss ich glaube ich muss die ganze Zeit in bewegung bleiben ganz wichtig die bewegung bloß in bewegung bleiben da kommen schon die ersten lex tierische lex tierische lex vor dem ziel übel ziel auch Gott Leute übel ziel scheiße ja sowas kann ich jetzt gebrauchen oh Gott die Füße denn da wieso muss es unbedingt so ein so ein Special Ding sein ok ist es tot der vermisste Moroder muss irgendwo auf dieser Ebene sein wir empfangen seltsame Signale sie sind dicht an ihm dran ich bin dicht an ihm dran so Leute jetzt oh Gott ich krieg hier zu viel ich bin fast glaube ich bin glaube ich glaube ich fast mit der Mission durch wenn ich mich richtig entsinne was wo kommst du denn her was war das jetzt was hat mir denn jetzt da gerade so weh getan wo kommt das Ding denn her das war das ein Fliegeding greift mich jetzt schon die Fliegedinge an Kamikaze oder was oh Leute ich hab jetzt schon keine Lust mehr ok egal wir sind kurz vor Ende der Mission das befriedigt mich gerade ungemein ja auch wenn ihr euch jetzt einen weglacht das befriedigt mich wirklich ungemein dass diese Mission fast vorbei ist allerdings glaube ich dass ich auch noch einen guten Teil vor mir der hat die ganze Rüstung weggebombt oder sogar noch mehr ok ich muss dringend an den Himmel gucken ok ok ja sorry ich bin gerade etwas ruhiger weil ich versuche mich irgendwie zu konzentrieren beziehungsweise irgendwie nicht zu stark um ehrlich zu sein hier sind keine Gegner was mich gerade ein bisschen wundert ok da war er nochmal speichern auch wenn ich jetzt nicht mehr ganz alles Leben habe hier sind keine Gegner außer die Flybugs was mich total wundert ok was war wieso bewegt sich das Marauder ok nochmal speichern sobald es mir tut ok ne kam jetzt der nein 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 der kam nicht nein 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 bitte nicht oder ich erinnere mich gerade ganz dunkel an etwas oh bitte lass mich Unrecht haben bitte lieber Gott lass mich bin w